heiho meine freund ich freue mich dass ich wieder eingeschaltet habe zu einer neuen folge kingdom hearts wir gehen jetzt rüber zu ugi bugi weil der hat unser herz geklaut unser herz dass wir uns so viel müh zusammengestellt haben ich habe es ja das halbend ist es kann mich nicht entfüßt Das kann ich nicht sehr die Küsten öffnen. Flair Gummi! Donald! Ah, Mist! Donald! Mist! Nein! Ah, nein! Da wollte ich nicht rein. So, das kann ich ganz ruhig nur zurückgehen. An sich ist das eine Abkürzung. Ich weiß nicht, ich will da nicht. Alter, bleib mal stehen, du... Nervgröde! Ich kann es nicht auf, was ich nicht leid. Ich bin ganz ruhig, Leute. Ich bin echt ruhig. Ich bin echt ruhig. So, die drei. Ja, die Hände! Könnten? Ja, dann jetzt gleich mal. 300 nur noch bis zum nächsten Level. Steiger. Ich glaube, es ist ein Multi-Level mit oder nicht. Ich weiß das gerade nicht. Komm, John. So, ich halte mich gleich zusammen mit denen auf. Fahre ich noch ein Level stärker werden, bevor ich mich daran mache, Ugi-Boogie zu bekämpfen? Oh, mit denen. Ja, komm schon. Okay, unten bei dem Wasser auf jeden Fall nicht rein gehen. Nein, ich habe es gar nicht auf mein Lebensanzeuge geachtet, das ist ein Mist. Was sagt es uns? Immer auf die Lebensanzeuge achten. Ach, Mensch. Wie kommt die jetzt irgendwie wieder im Wasser? Danke, Donald. Danke, Donald. Ich bin relativ gut. Danke, Donald. So. Meteor-Gummi. Wie komme ich da rüber? Nein. Ich will mich hier nicht zu lange aufhalten. Wow, was ist denn das für ein Gebäude? Steinbrücke. Danke. 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 Da kann ich noch ein Level zusammen erfüllen, um ein bisschen zu kämpfen. Ich schreie jetzt schon mit alles so nach Bosskampf. Da ist es 700. Wie gesagt, hier mit viel Springen ist keine gute Idee. Wie machst du? Wenn wir abstürzen, wird das nicht lustig. ZEJU! 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 3 Eingriffe 3 Eingriffe 4 Eingriffe Ich muss da echt aufpassen, nicht dass die Magie ausgeht. Das sind solche Gegner immer wieder schön. Nein, 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 nein. Alter! 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 Hilfe! Super! Spielzimmer oder Speisezimmer? Ich glaube Spielzimmer stand dort. Ja, das ist der erste Passkampf. Warte. 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 Ja. Ich hab dich nicht so gehalten. Wir haben nur Befehle ausgeführt. Oogie-Poogie hat uns befohlen, das Herz zu stehlen. Daran ist allein Schreckenschuld. Ja, es war eine Idee, Oogie-Poogie von dem Herzen zu erzählen. Ja, genau. Aber ihr habt doch gesagt, du solltest dich schämen. Oogie-Poogie hat unser Bodensein versteckt zu verraten und wir sollen auch nichts von dem Hebel sagen. Welche Hebel? Was er mit dem Herz vorhat, mir egal. Oogie-Poogie hat es uns befohlen, wir hatten keine Wahrheit. Ich werde euch auf keinen Fall zu ihm bringen. Wenn ich das täte, wird Oogie-Poogie uns auch fressen. Hey, ich habe einen Oogie-Poogie-Poogie ausgeführt. Und das Herz sieht. Oogie-Poogie hat es. Okay, dann endlich mal wieder speichern. Äh, äh, dann ja, Hebel. Was macht das jetzt? Ja, ich speichere das jetzt lieber ab hier drin. Doch, jetzt erst speichern soll. Ich habe auch keine Ahnung, wo mir hin soll. Ich sehe, da ist eine Kiste. Das habe ich beim letzten Mal übersehen. Schande über mich. Ich sehe, dass ich mir jetzt noch einfallen würde. Wäre vielleicht mal... Das ist ja nicht so. Ja, aber jetzt auch, kommt dann. Folterkammer, das klingt doch mal nach was. Oogie-Poogie, gib mir das Herz wieder. Ich weiß nicht, ob das irgendwie... Du wolltest? Ja, komm incorporiert und zurück und zu kommen werden. eline Hahahaha Reverse Jetzt mal schauen, ob ich sie ö ради habe. Hammer! Ich nehme mal an. Das ist außerhalb. Okay. Okay. Und jetzt? Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das nicht. Ah, gut. Ouch. Das ist gut. Ich verstehe das nicht. 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 Ja. So, jetzt habe ich es rausgekündigt. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das nicht. Was war eins daneben? Mist. Ich verstehe das nicht. 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 Das hilft mir. Ichained mir, glaube ich. Ich habe es nicht maximize kommen. Aber kommt... Oh, geht's up. Was ist das jetzt? Nichts. Geizig. Was ist das? Das ist gross, was ich haben. Ja. Ja. Sehr schön. Wir haben jetzt Oogie Boogie besiegt, aber ich glaube, das war noch nicht alles. Ja. Das hört zwar lediglich doch eine Fehlkonstruktion. Heiligen Ring erhalten. Oh, oh. Anzen bricht sieben. Wie geht's? Wie geht's fertig? Ich denke nicht. Oh, 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 oh. Ich wusste. Was? Okay. Wow, wieso ist der plötzlich so groß? Sieht doch, er ist randvoll mit der Macht der Dunkelheit. Oogie Boogie zieht Kräfte aus diesen dunklen Kugeln. Also müssen wir diese Dinge vernichten, oder? Ja. Ja. Ach, schade. Jetzt gehört. Ich bin der Kugeln. Okay, ich bin der Kugeln. Ich bin der Kugeln. Ich bin der Kugeln. Ja. Ich bin der Kugeln. Und der Kugeln. Das ist auch mal ein sehr anderes so ein Bosskampf. Das war ein Bosskampf, was ich bis jetzt hatte, wenn ich mir nicht mehr auswählen würde. Ich habe echt nur Angst. Oh, sehr schön. Das ist auch nicht unbedingt hochkompiziert. Oh nein, 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 nein. Das ist jetzt passiert. Sehr schade. Oh nein, ich habe doch schon gesehen. Oh nein. Nein. In. Das ist schon eine andere Liga dieser Bosskampf. Oh nein. 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 Ich glaube, es ist eine gute Idee, dass ihr überhaupt hier seid. Untertitelung des ZDF, 2020 Okay. Ich verstehe das nicht. Jetzt. Das ist keine Ahnung, aber das macht das selbe. Ich glaube, das tut gut. Ich verstehe das nicht. Das ist nichts mehr. Irgendein anderer Hinweis? Irgendwas? Ähm... Auf die kurze Störung. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Vielleicht was sehen. Da! Mensch. Wir haben ihn erledigt. Ich hab doch schon auf ihn gedacht. Die letzte Kugel war sehr versteckt. Das war's jetzt die Boogie Boogie. Hoffe ich doch. Ja. Und wieder eine Welt zugesperrt. Die Kraft der Sterne halten. Gravitas hat sich zu Gravitra weiterentwickelt. Das klingt wie bei Pokémon gerade. Sally, warum hab ich dich nicht gehört? Du fühlst dich nicht schlecht, Jack. Wir kommen mit einem anderen Plan für Halloween. Nächste Mal machen wir es zusammen. Ich schätze, wir haben keine andere Wahl. Wir müssen das herzlose Halloweenfest vollstreichen. Ja, das schenke ich dir. Kukurubita erhalten. Besuche uns jederzeit wieder, Sora. Das nächste Halloweenfest wird das gruseligste aller Zeiten. Gefühle, Erinnerungen. Wir haben alle nötigen Zutaten benutzt. Was braucht man denn noch, um ein Herz zu machen? Was ist ein Herz überhaupt? Ich weiß es einfach nicht. Schöne Beschreibung. Was ein Herz ist. Dann sieht man, es ist jetzt auch hier. Alles wird ruhig sein. Gut, dann hoffe ich doch, ihr hattet Spaß dabei. Und wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge. Und dann sind wir im Gummichat. Gehe ich jetzt schon mal hin? Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und danke, dass ihr reingeschaltet habt. In der nächsten Folge besuchen wir diese Welt. Das haben wir eigentlich schon gut abgearbeitet. Also bis dahin, auf Wiedersehen.